ja wie ist es schon wieder fix geläute und wird mir nicht glauben wir haben alle gedacht fix fällt ins wasser aber nein fix fällt doch nicht ins wasser heute teils bewölktes wetter es ist der vogel weggeflogen schade heute doch außer zweitens mal teils bewölkt ja da war das mit dem unwetter mit dem regnwetter noch viel sonntag gewesen gestern wie gesagt ich habe euch schon gesagt gehabt dass ich bei allen sachen dauerhaft bestraft werde egal ob es mit dem schlechten wetter auf geburtstagsfeier nach feier ist oder nicht oder mobbing von leuten oder was weiß ich erpressung oder fertig machen von leuten ist oder verkehrte schlöpfe leute ist oder nicht ich werde auch bei allen sachen scheiß sachen bestraft ich habe nur pech im moment ja es sind vereinzelt orkanböen auch dabei also sturmböen das ist wieder was falsches sagst du sturmböen und von gewitter vergessen von gewitter sind vergessen gut davon weggekommen es gab nur regen zum glück und kein gewitter ich weiß auch nicht was sie im internet für eine kacke labern erst sagen sie soll regen kommt nur noch ab heute also gestern ab heute nur noch regen kommen und die nächsten tage die jetzt kommen und dann kommt wieder sonniges wetter oder was es wird überall nur misst erzählt ab heute ab heute ab heute Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß es nicht, damit ich es diejenige Pech hat und nicht andere, mit allem drum und dran, mit allem Scheiß oder was. Es wäre jetzt auch egal, mein Kopf geht sowieso nicht gut, aber ich kann mich nicht dauernd von Tabetten vollstopfen, das geht auch nicht, Tabetten machen einen kaputt, weil der ganze Tag am besten im Bett liegt, bleibt es besser. Und nichts mehr machen. Heute ist doch ein Feuertag, wieso ging gerade die Schulglocke? War gerade die Schulglocke gegangen, so ne Scheiß. Ja, wünsche ich alle einen schönen Pfingstmontag, einen schönen sonnigen Tag und ja, mit Umwetter haben wir gut davon weggekommen, haben wir gut Glück gehabt. Lass sie nichts abkriegen.